Moin Leute, als Influencer erlebt man teilweise Dinge, die kann man sich einfach echt nicht mehr ausdenken. Vor circa drei Jahren habe ich diesen YouTube-Kanal hier mal ernsthaft gestartet, also wirklich Videos geliefert. Und so lief es seitdem. Ja, 40 Millionen Aufrufe und über 300.000 Abonnenten und sowas hätte ich mir damals niemals vorstellen können, also nicht im Entferntesten. Und ein Forum haben wir aufgemacht mit über 28.000 Mitgliedern mittlerweile und auch politisch konnte ich gemeinsam mit meinen Mitstreitern der AG Balkonkraftwerk auch einiges erreichen. Also alles geil, alles super erfolgreich. Naja, neben diesen schillernden Zahlen und Erfolgen existieren leider auch noch sowas wie die scheiß Realität und im Background ist leider nicht alles so geil, wie es nach außen denn vielleicht aussieht. Denn aktuell erlebe ich mehrfachen Identitätsdiebstahl, teilweise um in meinem Namen und mit großer Reichweite Werbung für Bitcoin und Parteien wie die AfD zu machen. Natürlich ohne, dass ich jemals von irgendwem gefragt wurde oder von diesem ganzen Mist irgendwas erfahren habe. Und zudem werden mit mir und mit meinen Videos ohne meine Zustimmung Werbung für Powerstations auf Amazon gemacht. Ja, und ich als Werbemiskottchen quasi, ja echt missbraucht. Unser Forum wird im Moment auch noch permanent von Bot-Attacken heimgesucht. Und mir wird tatsächlich sehr, sehr häufig auch von irgendwelchen Leuten mit dem Rechtsanwalt gedroht. Das sind alles sehr unschöne Seiten, die so ein ganzer, dieser ganze Kram auch mit sich bringt. Und mir ist es halt total wichtig, transparent zu sein. Und ich finde, sowas gehört halt auch dazu. Deswegen heute vielleicht ein etwas düsterer Blick hinter die Kulissen eines großen YouTube-Kanals. Ja, es gab und gibt mehrere Vorfälle, bei denen mir meine Identität gestohlen wurde. Was bedeutet das und was bedeutet das auch für mich persönlich? Das erste Beispiel ist eigentlich noch eher witzig. Die harten Sachen bringe ich gleich, ja. Ein YouTube-Account mit meinem Bild und mit meinem Namen, Andreas Schmitz, unterstrich, unterstrich, unterstrich. Okay, aber der empfiehlt, Julia, wie auch immer das sein soll, zu sagen, dass ich etwas Gewinnbringendes habe. Und darunter ist eine Telefonnummer angegeben. So, und das ist jetzt, sage ich mal, noch ein relativ harmloses Beispiel und ein durchschaubares Beispiel. Teilweise machen die Bots das aber auch ein bisschen besser. Und dann ist es nicht ganz so einfach zu erkennen. Und ja, es ist kein Witz. Es fallen Leute auch auf diese miese Masche rein. Teilweise werde ich dann angeschrieben und Gott sei Dank gefragt, ob ich das wirklich bin. Ja oder nein. Nein, natürlich antworte ich dann in dem Fall und kläre dann auch auf. Aber einfach der Gedanke, dass hier potenziell Leute abgezockt werden und im Worst Case denken, ich war das. Ja, da läuft es mir schon ein bisschen eiskalt den Rücken runter. Aber sagen wir mal, das ist noch ein relativ entspanntes Beispiel. So, und jetzt in meinen Augen das etwas krassere Beispiel und das läuft auf Telegram ab. So, hier gibt es diesen wunderbaren Account mit immerhin 24.000 Abonnenten. Das ist schon eine große Nummer, finde ich. So, und das ist mit meinem Namen, mit meinem Bild und so weiter. Und ihr seht, womit die hier Werbung machen. Mit irgendwelchen dubiosen Bitcoin-Plattformen, wo vermutlich nicht mal klar ist, ob man sein Geld da am Ende nicht irgendwie komplett verliert oder weiß ich nicht. Ja, also es sieht mir wirklich super dubios aus. Hey, aber auch sowas hier. Ja, das ist eigentlich ziemlich klare politische Stimmungsmache. Und ich denke, man sieht schon, in welche Richtung das hier geht. Aber wir haben es noch ein bisschen klarer und hier sieht man es jetzt sehr, sehr klar. Es geht um die AfD. Ob diese Partei oder irgendein Mitglied hier irgendwie involviert ist und das auf meinem Rücken alles macht und mit meiner Stimme hier politische Werbung macht für diese Partei, weiß ich natürlich nicht. Aber ich muss zugeben, gewisser Verdacht besteht hier natürlich schon. Und ich werde dem auch auf jeden Fall nachgehen, denn ich habe wirklich null Bock darauf, dass hier irgendwer in meinem Namen politische Stimmungsmache durchzieht und schon gar nicht für solche hasserfüllten Botschaften. Um es nochmal klarzumachen, ja, sowas würde ich niemals, unter keinen Umständen posten. Und es ist schrecklich für mich, dass mein Name und all das, was ich hier aufgebaut habe, für sowas missbraucht wird. Ich weiß nicht, wie tief muss man sinken, um sowas zu machen. Okay, ich denke aber, die meisten von euch wissen, dass ich sowas niemals machen würde. Und ganz ehrlich, spätestens hier, wo die Bild-Zeitung als Quelle zitiert wird, und zwar in einem nicht-satirischen Kontext, das sollte euch relativ klar werden, das bin ich nicht, das würde ich nicht machen. So, und jetzt kommt die nächste krasse Story, in der ich eigentlich, eigentlich quasi abgezockt wurde. Und bevor wir starten, nochmal ganz kurz, in eigener Sache, sehr bald kommt eine Folge zu den sehr peinlichen Streitereien zwischen dem öffentlich-rechtlichen Kanal, Steuerung F und Rezo. Und wie beide Seiten sich über alles Mögliche sprechen, ja, und an den Kopf werfen und gefühlt 100 Influencer ungefragt ihren Senf dazu abgegeben haben. Aber es wirklich niemand, niemand geschafft hat, auch mal über irgendwelche wissenschaftlichen Fakten zu sprechen, die für euch eigentlich viel, viel wichtiger gewesen wären. Deswegen werden wir hier nachliefern, und ich sag's jetzt schon, das wird eine sehr fiese Folge, die wird sehr, sehr witzig, also Abo nicht vergessen. Um das nicht zu verpassen, das wird sich lohnen. Okay, zurück zur Werbung ohne mein Einverständnis. Jetzt zieht euch das hier rein. Das ist eine Aukitel Power Station für entspannte 1300 Euro. Das Teil hatte ich vor einigen Monaten auf meinem Kanal im Test, und ich fand das Teil auch sogar okay. Naja, bis auf die Kleinigkeit, dass mir damals von Aukitel Geld angeboten wurde, wenn ich das folgende sage. Und jetzt hier mal ein Ausschnitt aus deinem Video von damals. Ähm, ist es besser als die Bluetti AC200P Power Station, hauptsächlich in ultragroße Kapazität, 2000 Wattstunden, 3500 Mal recycelt. Ja, 3500 Mal recycelt, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ich vermute, die meinten damit die Zyklenfestigkeit. Ist jetzt alles nicht mega dramatisch, finde ich, aber ich fand's ganz witzig. Ich denke, ihr könnt da sicherlich auch ein bisschen drüber schmunzeln. Und es war gar kein Thema, dass ich das ablehne, also so gesehen alles entspannt und super netter Kontakt. Selbstverständlich habe ich das nicht gemacht, ich habe für den Test auch kein Geld angenommen, nichts unterschrieben und gar nichts. Ich denke, man kann da durchaus sagen, der Test war unabhängig. So, wo ist jetzt mein Riesenproblem? So, jetzt schaut euch das hier mal an, ja. Da sind diese zwei Hände auf Amazon, also da, wo die Power Station verkauft wurde. Und da dachte ich mir, die kenne ich doch. Hey, das bin ja ich. Wurde ich gefragt, benachrichtigt oder irgendwas? Nö, natürlich nicht, ne. Und abgesehen von circa 40 E-Mails, das ist kein Witz von der Firma, an mich, ob ich dieses oder jenes Produkt noch testen kann und Werbung machen kann und so weiter, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wurde aber nie gefragt oder informiert, dass hier sowas passiert. Und ein Zuschauer hat mich darauf aufmerksam gemacht, denn ansonsten wäre mir das nie aufgefallen. Also hier nochmal vielen Dank, Matthias, dass du mir da Bescheid gesagt hast. So, und jetzt kann man sich die Frage stellen, regst du dich nicht ein bisschen übertrieben auf? Ich meine, ist ja nicht so schlimm, die nehmen halt dein Video, du hast ja den Test auch gemacht. Ist das überhaupt so dramatisch? Und ich finde ja absolut, denn ich lehne auf meinem Kanal jegliche Produktplatzierungen für Geld, für Tests und so weiter ab. Und das mit der Begründung, weil ich halt maximale Unabhängigkeit möchte, denn natürlich ist das sehr problematisch, wenn man Geld von solchen Firmen annehbt und dann die Produkte testet daraufhin. Das ist natürlich nicht unabhängig. Also ich denke, da brauchen wir nicht groß drüber zu reden. Und es sind große Beträge, um die es da geht. In der Regel werden hier so mittlere bis hohe vierstellige Summen für einen Werbeclip in einem Video angeboten. Für ein komplettes Video über so ein Produkt, da reden wir über ganz andere Summen. Spesen und so weiter natürlich noch obendrauf. Und der Verzicht auf diese Einnahmequelle, den ich ja hier betreibe, der stellt mich natürlich oft für krasse Schwierigkeiten. Mein Kanal und das ganze Team und alles, was dahinter steckt, die ganzen laufenden Kosten, das Forum, die Software, alles, was wir hier auch entwickeln. Wir haben ja viel kostenlose Software auch entwickelt, die ihr nutzen könnt. Das alles hängt irgendwie da dran und muss finanziert werden. Und die YouTube-Werbung, die ich hier schalte, reicht tatsächlich nicht aus, um das alles zu stemmen. Es sind halt einfach große Summen, die da auflaufen. Das ist halt leider so. Und ohne euren finanziellen Support ist der Kanal eigentlich tot. Also er kann das nicht überleben dann. Das hängt wirklich total an euch eigentlich. Und deswegen hier nochmal ein Danke an euch. Am Ende bestimmt ihr quasi damit, ob wir überhaupt weitermachen sollen oder nicht. Und das finde ich eigentlich auch okay. Also was weiß ich, wenn ihr uns nicht mehr braucht, dann ist es halt so und dann soll es halt auch so sein. So, das Problem ist jetzt aber, was ich damit habe, ist, dass durch so eine Amazon-Werbung, wie sie hier passiert ist, wirkt es nach außen hin, als würde ich doch Geld für sowas annehmen. Und das ist für mich und mein Kanal eine absolute Katastrophe und zerstört einfach Vertrauen. Denn wenn irgendetwas einen Wert für mich hat, ja, und ich meine so einen ideellen Wert, dann ist es das Vertrauen, was ich mir hier euch gegenüber erarbeitet habe. Und das war schon eine harte Arbeit. Und sowas hier gefährdet das. Und zwar ohne, dass ich jemals mein Einverständnis gegeben habe. Geschweige denn Geld dafür bekommen habe oder sonst was. Und das, das ist echt scheiße. Ja, bei diesen ganzen Klauereien und so gibt es tatsächlich auch mal einen Erfolg im Kampf gegen meine extern induzierte unfreiwillige Identitätskrise. Und zwar hat mir jemand auf TikTok einfach mal meine Videos und auch ein paar meines YouTube-Kollegen der Fachwerker genommen und sich damit einen eigenen TikTok-Kanal namens Akkudoktor-TV aufgebaut. Da hat er einfach den Kanal kopiert quasi, ja. Okay, war auch relativ erfolgreich damit, hat mich gefreut, aber irgendwie richtig cool fand ich es natürlich nicht. Daraufhin legte ich bei TikTok Beschwerde ein. Also ich musste dann wirklich alles Mögliche angeben, dass ich wirklich dann der Besitzer bin und so weiter. Finde ich aber okay, müssen die ja auch wissen. Und man mag es nicht glauben, aber es kam tatsächlich dieser Text irgendwann. Nach circa 26 Tagen wurde der Account wirklich gelöscht. Und ja, das hat mich so richtig satisfied. Das kann ich mal sagen. Ja, aktuell sind wir in unserem Forum von einem sehr starken Bot-Angriff betroffen. Was bedeutet das? Na ja, zigtausend Registrierungen trotz der ganzen Spam-Maßnahmen, die wir haben. Also wir haben da wirklich schon einiges aufgefahren an Spam-Maßnahmen. Und damit natürlich wahnsinnig viel Arbeit und auch Kosten verbunden. Denn so ein professioneller Spam-Filter, den wir hier jetzt auch nutzen müssen, den man kommerziell und in diesem Maßstab, den wir jetzt hier haben, nutzen können, der kostet natürlich auch Geld. Das sind alles so Sachen, die wissen die Leute oft gar nicht. So, natürlich ist aber der Faktor Zeit und die Nerven als allerschlimmste natürlich. Und ohne das Forenteam, welches das zum Großteil auch ehrenamtlich macht, wäre das eigentlich alles überhaupt nicht machbar und lösbar für mich. Also hier ein kleiner Applaus von mir für euch. Okay, neben dieser Attacke gibt es aber noch eine andere Attacke, die mir eigentlich fast noch viel mehr auf den Senkel geht. Und das ist der Satz, dann werde ich rechtliche Schritte einleiten. Ja, tatsächlich ist das hauptsächlich im Forum. Und wisst ihr, warum und von wem? Ja, wir hatten eine Kategorie im Forum mit dem Namen Händlererfahrungen. So, und hier konnte jeder der Mitglieder, die im Forum einfach da waren, also irgendwelche Leute, die irgendwo mal bei einem Händler was gekauft haben, ihre Erfahrungen mit diversen Händlern im PV- und Akkusektor posten und sich darüber austauschen. Eigentlich eine sehr wertvolle Geschichte. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert in den meisten Fällen. Selbstverständlich gibt es nämlich in dem Bereich auch sehr viele betrügerische oder auch einfach unzuverlässige Shops mit miesem Service. Sondern die übliche Vorgehensweise der Shops war dann, anstatt irgendwie auf die Kritik der Leute zu reagieren und versuchen mal irgendwas besser zu machen, mir mit mir, mit dem Anwalt zu drohen. Also wo ich mir echt denke, boah, was kann ich denn dafür? Klar. Aber nein, du bist der Betreiber des Forums und damit bist du dann für die Scheiße verantwortlich. Ja, und das kam halt immer häufiger vor. Und das Problem ist, ich muss mir das dann einsehen. Ja, ich muss. Ich habe wirklich keine Wahl. Und das sind oft super lange Threads mit super komplizierten Verläufen halt. Meistens konnte ich auch nicht nachvollziehen oder eindeutig beweisen, dass die Vorwürfe der Thread-Ersteller berechtigt waren oder auch nicht. Es gab sehr starke Hinweise darauf, die mir auch plausibel erschienen, sodass ich glaube, in den meisten Fällen war das gerechtfertigt. Es gab aber auch, und das muss man auch dazu sagen, natürlich Übertretungen der Thread-Ersteller, also der User des Forums. Also ungerechtfertigte Beschuldigungen. Oder in einem Fall gab es sogar mal Identitätsdiebstahl eines Shop-Betreiber. Das heißt, jemand hat sich unter falschem Namen einen Shop aufgemacht, also wirklich unter einem Namen, der überhaupt nichts damit zu tun hatte, und irgendwelche Betrügereien begangen. Und dann wurde der arme Mensch, dessen Name da missbraucht wurde, hat dann Ärger gekriegt. Und so eine Scheiße ist da abgegangen. Also total irre. Und damit musst du dich beschäftigen. Was soll man hier tun? Also ihr merkt, wie kompliziert das Thema ist. Ich betreibe halt den Kanal und auch das Forum, alles neben meiner eigentlichen Arbeit als Wissenschaftler. Und mich auch noch um sowas zu kümmern, das geht nicht. Das kann ich nicht. Und selbst wenn ich es hauptberuflich betreiben würde, wäre also der Scheiß, dieser rechtliche Scheiß mit dem Forum echt kaum noch machbar. Und ich kann das auch nicht von den Forenteamen verlangen, denn die machen das alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Und das ist, glaube ich, einfach nicht fair, das jetzt auch noch von denen abzuverlangen, sodass wir dann echt schweren Herzens diese Kategorie schließen mussten, was ich schade fand. Denn im Großen und Ganzen waren das sehr, sehr wertvolle Tipps. Oder halt auch einfach Warnungen vor sehr schlechten Shops. Und ja, das ist schade, dass das nicht möglich ist. Also wirklich, wirklich schade. Ja, das war heute mal eine etwas andere Folge. Aber ich finde sowas auch wichtig, dass man halt so ein bisschen Background kriegt. Was geht eigentlich so da ab? Was passiert da alles? Was sind so auch die Probleme von so einem Kanal? Ich glaube, das kriegt man oft gar nicht so mit. Und es tut auch manchmal gut, sich das so ein bisschen von der Seele zu reden. Also verzeiht mir bitte heute mal dieses Off-Topic-Video. Ich hoffe aber, es war trotzdem unterhaltsam für euch. Und sage dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und dann natürlich wieder mit Wissenschaft. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.